Ich muss mal schweben. Ich würde es aber trotzdem schweben. Ich könnte steife Sachen machen. Ja, eben. Ja, 10 kann man nicht durch. Das ist genau 10. Wenn man mehr so weit ist, dann haben wir es auch. Stanzi, wachst du. Und dann kommt's. Hört dich auch nicht. Ich muss aber das hier machen. Ich tanze. Hey! Die beiden Wolzer geladen werden. Wolzer? Es gibt zwei verschiedene Wolzerorten. Die langsamer. Es gibt den langsamer und es gibt den Wiener Wolzer. Den schweben kann ich. Wiener Wolzer, Englisch Wolz. Das ist kein Wolzer, was du willst. Aber das darf ich nicht. Ihr könnt das nämlich. Ich tue, das darf ich nicht. Du musst es gerne. Das ist hier und hier. Ich tue. Warte, die beiden raus. Ich tue, das darf ich nicht. Wir werden noch geblasen. Stop!